Hallo, kleiner Tipp. Eigentlich theoretisch wäre das Ubuntu-Phone jetzt zu kaufen. Das wird in einer sogenannten Flash blitzartig verkauft. Hat aber nicht so richtig funktioniert. War blitzartig verkehrt. Also, die haben nicht damit gerechnet, dass 12.000 Bestellungen pro Minute kommt. Ja, Flash Sale. Ich dachte erst nicht verkaufen der Flash Sale. Nein, das ist auch der Blitzverkauf. Und machen dann per Twitter Ankündigung, jetzt eben gibt es Ubuntu-Phone zu kaufen. Und dann kommen natürlich 12.000 Leute gleichzeitig und wollen das kaufen. Und dann brechen da sämtliche Server zusammen. Hier weist man darauf hin, dass sämtliche Ubuntu-Smartphones nicht vor März ausgeliefert werden. Sondern es sei denn, ihr habt vielleicht irgendeine Vorab-Version bekommen oder Testversion. Jedenfalls, theoretisch kann man es kaufen, praktisch nicht. Und wenn dann alle gleichzeitig das nicht selber zusammenbrechen. Super Sache. In der Schweiz kann man es nicht kaufen, ist nur available in der EU. Ja. Also nur in der EU zu kaufen, zum Beispiel in der Schweiz könnte man das jetzt nicht. Weil die Schweiz nicht zur EU gehört. Aber ich finde das eigentlich ganz gut so. Irgendeinen Nachteil muss es ja haben, wenn sich Leute aus der EU rausschleichen. Nein. Nur so Nebelmaei. Also, gibt es theoretisch in der Praxis, wenn überhaupt, im März. Aber dann nur blitzartig, wenn man schnell genug bestellt. Und der Server nicht abschmiert vom BQ. Ich hoffe, hiermit kaufen zu haben. Verbleiben und freundlichen Grüßen. Und tschüss. Ja. Ja.